Mein Name ist Christian Hölzer und mit unserer Initiative KI macht Schule setze ich mich dafür ein, dass Schülerinnen und Schüler künstliche Intelligenz verstehen lernen, eigene KI-Algorithmen programmieren können und sich eine eigene Meinung darüber bilden, wo und wie wir in unserer Gesellschaft zukünftig KI nutzen möchten. Ich heiße Maria Matwev und engagiere mich in Corona School e.V. Auf unserer Online-Plattform lern-fair.de vermitteln wir Schülerinnen und Schüler an ehrenamtliche Helfende für verschiedene kostenlose und digital Unterstützungsmöglichkeiten über den schulischen Unterricht hinaus. Wir sind Lucia, Katharina und Florian. Gemeinsam engagieren wir uns in der studentischen Initiative Campus for Change. Unser HIV-Proventionsprojekt leistet Aufklärungsarbeit an Schulen in Kamerun. Mit verschiedenen Bildungs- und Beratungsangeboten fördern wir sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Mein Name ist Lisa Trebs und ich bin Mitbegründerin des globalen Online-Magazins Critical Edges. Wir bieten jungen Menschen aus über 15 Ländern eine Plattform, um Ideen zu gesellschaftspolitischen Fragen und Problemen zu teilen und weiterzudenken, die sonst in journalistischen Projekten ungehört bleiben. Mein Name ist Greta. Gemeinsam mit über 80 ihren amtlichen Rechtsberaterinnen setze ich mich bei der Refugee Law Clinic Berlin für kostenlose und unabhängige Rechtsberatung im Asyl- und Aufenthaltsrecht, eine progressive Migrationspolitik und mehr Migrationsrecht im Jurastudium ein.